So sieht der Albtraum jedes Geschäftsinhabers aus. Aber noch schlimmer ist es, wenn die Versicherung nicht einmal für den Schaden aufkommen will, da die Alarmanlage nicht nach den Richtlinien der ÖVER2 errichtet wurde. Keine Panik, denn zum Glück gibt es nun die Alarmanlagen von Kohlmeier. Egal in welche Risikoklasse Ihr Unternehmen fällt, wir haben für Sie die richtige Alarmanlage und beraten Sie gern. Eine Funkalarmanlage reicht in der Regel nicht. Außerdem bietet diese weder die gewünschte Sicherheit, noch entspricht sie den Versicherungsvorschriften und auch nicht dem Stand der Technik. Alarmsysteme von Kohlmeier haben noch viel mehr zu bieten. Videoaufzeichnungen, um zum Beispiel Trickdiebe auf frischer Tat zu ertappen. Oder die effektive Nebelmaschine, welche im Falle eines Einbruchs in sekundenschnelle Ihr Geschäft in rückstandsfreien Nebel hüllt und der Einbrecher so nichts stehlen oder verwüsten kann. Alarmanlagen von Kohlmeier sind wahre europäische Qualitätsprodukte mit bis zu 5 Jahren Garantie und natürlich entsprechen unsere Produkte den ÖVE-Richtlinien. Damit Sie sich immer auf die Alarmanlage von Kohlmeier verlassen können, bieten wir Ihnen einen 24-Stunden-Service. Des Weiteren können Sie auch von unseren vorteilhaften Leasingmodellen profitieren. Lassen Sie sich von uns beraten. Kompetent und kostenlos. Kontaktieren Sie uns heute noch. Sicherheitstechnik von Kohlmeier. Sicher ist sicher. www.kohlmeier.at